ich grüße euch lange habe ich drauf gewartet hier ist es nun endlich direkt aus dem häuser teufel und zwar das cage gaming headset und das gucken wir uns gleich mal zusammen an würde ich sagen so wird es angeliefert und ja wir machen das jetzt mal an der stelle auf und schauen mal was hier herauskommt so in dieser schönen box wird es angeliefert die öffnen wir auch direkt mal und das erste was wir haben und sehen ist das headset was sich auch wunderbar anfühlt das nehmen wir aber erstmal raus da kommen wir später zu was wir noch in der box haben sind kabel ja ich auch mal raus und zwar haben wir hier die anschlusskabel mit einem extra usb dann haben wir also das usb kabel quasi zur verbindung mit dem computer und ein verlängerungskabel also ein klinken verlängerungskabel was noch drin ist ist das mikrofon das will ich auch gerade mal rausholen und zwar sehen wir sehen wir das hier ich mal direkt daneben legen und ja das war es eigentlich beziehungsweise wir gucken noch mal rein in die box und ach ja hier ist das bleibt obligatorische gel und die bedienungsanleitung ja hier haben wir englisch und deutsch das ist in der kiste und jetzt kümmern wir uns erstmal um das headset so dass der lieferumfang ich muss gestehen ich habe mir das headset gerade schon mal angeschaut und ein bisschen damit rumgespielt was mir aufgefallen ist will ich euch jetzt zeigen erstmal fühlt es sich unheimlich wertig an das liegt unter anderem auch an diesen alu scharnieren hier oder ja die alu elemente will ich sie jetzt mal nennen das headset kann man schön einklappen und es dann auch mitnehmen ansonsten was mir noch direkt aufgefallen ist ich habe direkt mal auf den kopf gesessen gesetzt ist wie hochwertig hier der klick mechanismus ist für die einstellung auf dem kopf also wenn man das auf dem kopf hat das muss man wirklich hier einstellen das verrutscht auch nicht wollte es mir dann runterziehen das klappt gar nicht so gut das muss man wirklich hier machen mit ein bisschen kraft damit man seine beste einstellung hat und dann hält das ganze auch wir haben hier eine einsparung nicht das mal und vielleicht kann man das ganz gut sehen und da drinne kommt dann der usb steckereien für die verbindung an dem computer mit dem computer was wir hier haben ist der lautstärke regler und er geht auch nur zu einer gewissen position also kann man hier genau einstellen und nicht endlos drehen sondern hier genau einstellen wo die lautstärke ist ferner haben wir hier ein telefon knopf den werde ich mal ausprobieren ich denke das ist dass man sofort skype anrufe oder ähnliche sachen damit anwählen kann und dann haben wir hier noch ist mir doch glatt die folie schon verrutscht die nehme ich auch mal ab dann haben wir hier noch einen schieberegler wo ich keine ahnung habe wofür dieser ist vielleicht um das ganze stumm zu stellen ich probiere das später natürlich selbstverständlich noch mal aus auf der anderen seite haben wir gar keine anschlüsse und gar nichts was wir aber noch haben natürlich und das war auch interessant weil ich habe erst mal geguckt wo kann ich das mikrofon denn hier überhaupt rein stecken und zwar kann man es auf der seite rein stecken und dann fixieren aber man kann es auch abnehmen und ja die andere seite einstecken also hier kann man sich dann aussuchen auf welcher position man gerne das headset haben oder oder das mikrofon haben würde finde ich sehr gut gemacht das mikrofon hat auch hier ich hoffe das sieht man jetzt und das kommt drüber auch einen einen halte und klickmechanismus so wunderschön leuchtet das headset wenn es angeschlossen ist an den usb port was ich gerade gemacht habe und ich kann es jetzt kaum abwarten das headset auf herz und nierem zu testen die nächsten 20 30 stunden dazu werde ich dann natürlich auch noch ein video machen wo ich dann sage mensch wie ist der komfort wie fühlt es sich an wie ist die soundqualität beim spielen aber auch beim musikhören und das werde ich machen da kommt noch ein folge video wenn ihr so lange warten wollt schaut euch doch meine let's plays an also bis dahin